Jeder geht davon aus, dass Gesetze in den Institutionen beschlossen werden. Aber dahinter spielt sich noch was ganz anderes ab, nämlich wie man diese Institutionen beeinflussen kann. Und zweite Nachfrage, wenn ich darf, dazu. Sie haben als Bundesfinanzminister damals eine Anwaltskanzlei, Freshfields, Deringer-Bruckhaus, Beauftragte, Verträge auszuarbeiten, beziehungsweise Gesetze, und später von dem selber Honoraraufträge bekommen. Können Sie vielleicht dazu noch kurz stellen? Danke. Was den Hinweis aus Freshfields bezieht, ist das Normalteste der Welt. Gelegentlich gibt es Zeiten, wo die unterschiedlichsten deutschen Ministerien sich das Expertenwissen von Anwaltskanzleien herbeiziehen. In der damaligen Situation ist das Finanzmarktstabilisierungsgesetz gewesen, wo wir im Bundesfinanzministerium über entsprechendes Gesellschaftsrecht und Aktienrecht nicht genügend Expertise hatten und uns diese Expertise angekommen. Ich sehe keine Interessenkollisionen. Es ist ganz üblich, dass man sich externen Sachverstand hinzubezieht. Wir haben uns lediglich bei einzelnen Konzeptionen auf externen Sachverstand berufen. Aber Lobbying hat sich vom Bereich der Expertise zu etwas entwickelt, das man besser als Auftrags-Lobbying bezeichnet. Da haben Sie nun Leute, die vielleicht für gar nichts Experten sind, aber von ihren Kunden dafür bezahlt werden, bestimmte Ziele zu verfolgen. Glauben Sie denn, dieser externe Sachverstand von Herrn Rürup und Herrn Maschmeier, das sind neutrale Sachverständige? Wir haben mit Leuten zusammengearbeitet, die anerkannte Fachleute auf diesem Gebiet sind. Und das ist üblich, das machen alle Ministerien so, wenn es um die Konzeption von Gesetzesvorhaben geht. Aber Herr Maschmeier ist doch immer noch quasi stark verbunden. Der verdient ja noch Geld mit Versicherungen auch. Dass ich anscheinend zwei Jahre später bei dieser Anwaltskanzlei einen Vortrag halte, übrigens im Wesentlichen vor Kunden mit Blick auf meinen kritischen Blick auf den Finanzkapitalismus, halte ich für das Normalste der Welt und kann dann nichts weiteres Merkwürdiges empfinden, zumal ich dies völlig transparent gemacht habe im Rahmen der Spielregeln des Deutschen Bundestages. Vielen Dank.